Einfach wenn der Tafisch gar nicht! Alsop! Alsop! Einfach wenn der Tafisch! Einfach während mir die Cray machen wenn der Tafisch! Ich mach Video Junge! Das wird auf Youtube hochgelassen! Digga! Zum ersten Mal wenn der Tafisch! Alter! Einfach so während man Chilic Flopper Fray machen will, wenn der Tafisch gezogen! Ah Samet! Was für immer noch? Samet die Cops haben sich gemerkt wer ich bin! Das geile ist in diesem Polizeisystem was ich drauf installiert habe Samet! Einfach wenn der Tafisch! Aber wenn der Tafisch! Das ist so das Tafisch! Weiter! Hier sind zwei Dinger noch Samet! Ich nehme die Runde einfach auf! Junge! Ja! Ja! Taman Shangel hier! Einfach wenn der Tafisch! Ich dachte das wäre Midas! Ich dachte das wäre Midas! Das wäre so geil gewesen! Egal schon auf! Das zeigt dir jede Person in deiner Nähe an! Für ihn für wie lange? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Schon lange! BlöEO Denn mehr! Sie sind freundlich! Sprungzappler! Ja! Herr was alles raus verhesaelt hat! Aber wenn du die City deals! Ich habe jetzt keinen Leiter hoch! Tafisch waren mit Je kunderte ansbrechen kann! ich hab drei stunden 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 alter jungs was ist das los oh ein Mädel sorry ja das ist ganz normal weil mir war das ganz normal weil mir war das komplett normal ich hab das normal nicht wenn das normal ist dann ja m m m m schnitt m wir hier hin blue life ist egal blue life können wir weg blue life blue life machen wir ja oh mein gott dem ende tappel fisch essig aus dem flex einfach am ende kann man dumm aus grey ja ich höchste ja glaubt schon jawohl Prozent vom anderen muss machen aber mehr die Aufgabe zählt nicht die Aufgabe zählt jetzt nicht egal was erfangen Prozent auch noch einen Sektor und ich hab den Knabelfisch Jungs Jungs stinkfisch bringe ich dann gleich ich war so groß ist durchstellen zu anderen das baut einfach nur ja man so wenn man zählt es macht ja so für das Video für das für das Highlight für das Highlight jetzt haben wir 24.000 XP habt ihr das auch bekommen hat jeder von euch 24.000 XP bekommen jetzt kommt wichtig ich hab hier nur mal zehn Bandos ist nichts wir essen nicht nicht essen Jungs und Mädels ja das viel aber das noch nicht alles wir haben zwei gegenseitig es ist eh erst zu sagen aber wenn der da muss ich essen das war Highlight habe ich schon ich hab ja ihr habt ja alle 24 ich kann sie werden wir absamen Video und Highlight Hähnchen ja noch wieder noch wieder das was noch nur fangen fische Jungs ja das geht sogar noch und Mädels schnell alles droppen bevor ihr stimmt schnell ja und schon sagen auch einfach flopper immer noch Highlight ich fange an schon mal mädchen zu poppen ne ich warte noch Röhmelika muss sehr viel Leben von wo ist du was bevor ihr kurz vor Sternen 2 ihr könnt angeln ist einfach nur mal paar kleine Fische wir haben Zeit wir machen ja mehr Plus als Minus wenn wir weiter angeln ich hoffe ich gleich alle Bandos alle Bandos alle Bandos hier nochmal für jeden zwei Bandos hier nochmal für jeden zwei Bandos damit ihr noch kurz angeln könnt die Melike ich schiele ich schiele ich schiele ich schiele ich ich schiele mit an mit weiter da ist jetzt nicht mehr jetzt einfach wie hin und gegenseitig es wird nach der so noch einer tics wir können das schaffen ich schiele mich echt ja ja dann kannst du machen das eh noch Highlight deshalb mache ich 90 90 Fische gönnt euch noch mal wenn doch zu schwer durchdrucken wie lange dauert das ich muss mir Bandos durchziehen ja ich muss mir Fische gönnt ne 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 geht alle zum Raum und nennen 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 bleibt Ich habe Fisch gegessen. Ich habe Fisch gegessen. Hast du ein netter Fisch gegessen und fisch geschlagen? Ich habe ja. Warum? Ich habe doch Fisch gegessen. Ich bin ein netter Fisch gefahren.